Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level per Day. Das heutige Level ist von DIN, es hat eine Abschlussrate von 0,03% und ich denke mir, wenn ich ihm 5 Minuten gebe, sollte das reichen, weil ich glaube nicht, dass ich das komplett schaffe. Kann ich jetzt schon aufgeben, Dianus, Verzweiflung, Hellmodus? Leute, ihr solltet mich nicht quälen. Alter! Moment. Was will er von mir? Ja, nee, ist klar. Okay, Gott, es ist jedenfalls nicht gleich so ein typisches Panga Level, so von wegen... Stirb! ...der Anfang eines jeden Mario Maker Levels. Verdammt, das war knapp. Man versucht immer wieder gerne irgendwas hier herauszufinden. Das sollte vielleicht nicht ganz so schnell sein. Also ohne die Schacheln hätte es das auch getan. Glaubt mir, wenn ich dir das sage, weil... Dein Level sollte schaffbar sein, das ist wichtig, ja. Ich meine, es geht ja nicht darum, hier die schwersten Level zu machen. Es sei denn, du bist auch einer, der so eine ähnliche Challenge mit jemandem hat, so wie ich mit dem Corti, wie du mir, so ich dir. Aber ein paar weniger Stacheln hätten ein bisschen den Charme noch dazu getan. Besonders hier vorne. Warum hier vorne? Da sind doch nur Erranken. Warum sind da Stacheln? Und warum liegt hier Stroh? Ah, nee, hier liegt gar kein Stroh. Ha, ich habe auch keine Maske auf. Also ich glaube, da vorne sterben ganz schön viele. Bom, bom. Aber ich mag es gerne warm an meinem Hintern. Mario, sei ruhig. Ich will da durch und nicht deinen Hintern warm halten. Und selbst wenn die Stacheln Deko sind, das ist mir immer noch schön zu schwer. Die Stelle ist echt bescheiden. Ich weiß ja, dass es geht, ne? Der ist abgerutscht. Der ist bei dem einen halben Pixel abgerutscht. Weggeslippt. Slip away. Au, ich habe mir den Kopf gestoßen. Ach, und jetzt bin ich auch noch in die Flamme reingesprungen. Ein bisschen zu viel Speed habe ich genommen, glaube ich. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Das ist wieder so ein Level. Also in letzter Zeit habe ich echt wieder nur so welche Level. Okay, gut. Das geht jetzt auf meine Kappe. Die anderen tode zwar auch, aber das geht definitiv auf meine Kappe. Bloß, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Liebe Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Was habt ihr davon? Was habt ihr davon? Ja? Und so welche Leute wundern sich dann, wenn das nicht zum Beispiel bei dem Let's Play Markus oder bei dem Dom Tendo im Video ist? Da muss ich jetzt sagen, jetzt kriege ich gerade das Kotzen, denn ich hasse gerade Facebook. Ich muss mal ganz kurz Facebook ausmachen. Yay! Geht ja mal gar nicht. Ich muss den Schwung mitnehmen und muss im richtigen Zeitpunkt springen. Ich sehe es schon immer, komm, ich weiß haargenau. Ich springe in die Flamme, aber trotzdem mache ich es. Weil, Trollplay. Na, wenn ihr aber jemals eine Begründung sucht, dann... Weil, Trollplay. Ich bin gesprungen, um eben nicht darauf zu springen, also dagegen zu kommen. So, jetzt machen wir nochmal ein... Trollplay-Fail. Trollplay-Fail. Ich glaube, da kriege ich Hämorrhiden oder so. Kommt ja in meinem Alter schon mal vor. Hatte ich bisher noch nicht, aber egal. Jetzt habe ich es auf diesen Punkt geschafft und... Okay, aber ihr wollt es so. Ihr wollt den Trollplay herausfordern? Okay, gut, gut. Kriegt ihr. Kriegt ihr. Macht ihr. Macht ihr, macht ihr. Ja. 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 Ich muss gerade mal den Jogi Löw machen. Ging gerade nicht anders. Jetzt musste ich mir gerade mal ein paar Schläge auf den Hinterkopf verpassen. Erhöre das Denkvermögen. Aber nicht die Reaktionszeit. Boom, baby! Ich wollte unterdurch. Ich wollte unterdurch, aber es hat nicht ganz funktioniert. Das ist ein Bowser-Schloss, wie es sich keiner wünschen würde. Ich glaube, so wäre Mario niemals durchgespielt worden. Oder nur von den ganzen Hardcore-Fans, die wirklich, also... Gib ihm die Kante. Ich habe ex... Ihr habt doch gesehen... Also, da hat man doch gesehen, ich bin nach links gegangen. Das Mittelfeld war frei. So, jetzt sind wir mal... Jetzt sind wir mal der Schweinsteiger. Ja, gut. Das Runde muss in das Eckige. Das Problem ist, das Eckige besteht aus Lava. Nämlich ein Abgrund. Pam, 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 pam. Wenn ich doch bloß auf diese Dinger spinnen könnte, wie damals! Nintendo, führt das wieder ein, dass man auf den spinnen kann? Dann ist es ein bisschen einfacher. Ich bin dafür, dass sie wieder einführen. Auf Feuer kann man spinnen. Aber naja. Ich möchte nicht drauf springen. Wow. Nein. Da muss ich jetzt spinnen. Und da muss ich das auch noch bis zur Tür schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Nein. Hier ist ein Stern. Die Anus Verzweiflung. Es ist ein System dahinter. Es gibt ein System. Deswegen kriegst du einen Stern. Wenn wirklich ein Level da ist, wo es kein System gibt. Bisher gab es das einmal hier in der Geschichte. Und darum... Hier ist ein Stern. Und ich muss es beenden. Geht nicht. Ich sage, ich bin Euer Tro. Haut eure Videos... Beziehungsweise haut eure Level in das Formular oder in die Videobeschreibung. Und ich sage, ich bin Euer Tro. Haut rein. Tschö tschö. Tschö. Und ich sage, ich sage, ich bin Euer Tro. Und ich sage, ich bin Euer Tro. Und ich sage, ich bin Euer Tro.